Hi, mein Name ist Christian Schädle, ich bin 19 Jahre alt, mache meine Ausbildung als Kfz-Mechatroniker, System und Hochvolt und bin im dritten Lehrjahr. In der Firma hat man dann die Aufgaben, am Band verschiedene elektrische Systeme im Fahrzeug anzubringen, Kabelbäume vorzubereiten und im Fahrzeug einzubauen, Steuergeräte einbauen und diverse andere Nachrüstarbeiten am Fahrzeug. Mein Beruf gefällt mir die abwechslungsreiche Arbeit, gerade mit Elektrik und Metall und dass man auch viel mit anderen Kollegen zusammenarbeiten kann. An Kfz-Bow gefällt mir das Produkt, die Firma, gerade auch mit dem Status, dass wir Marktführer sind und dass man als Azubi hier etwas bewirken kann. Kfz-Bow.